hallo und herzlich willkommen hier bei gta 5 ja heute ist ein bisschen autorennen gesagt mit der shirashu den triple die moin moin der triple die hatten freund mitgebracht den rtl 2 recht dass du richtig aus ja ja gut alles klar dann hat aber nichts mit dem fernsehsender zu tun wichtig das muss man dabei sagen unbedingt bei dumm auf dem kanal wissen die das ja schon wir nehmen mal keine getunten andere das wäre mir ist unfair ich wollte so weit was für nämlich den wecker oder sowas im tablett 20 20 wird uns abziehen du kennst nicht und meine fahrweise ja wir haben uns im anfang direkt weg also da ist ja hier neska nix nacht das ist das ich finde das aber ganz cool eigentlich als zwei nach einer zeit ein bisschen eintönig aber wenn wir uns weg haben dann wird das doch lustig ich habe einen turbestatt gehabt ja ich überhaupt nicht ja ich drehe mich schon nice das auto was ich habe ist ja schon mal nicht so das beste was doch ja ich habe einen pfeiler getroffen gedreht dumm nicht an der waffen fahren entschuldigung ich bin erster nicht mehr lange hey müssen wir endlich das war noch nichtmals geplant wollte eigentlich nur an dir vorbeiziehen ja ja da hat er einen fehler gemacht bekommen da gar nicht den fehler gemacht neben mir sieht das aus als ob du einen fehler gemacht hättest jetzt hast du an der wand dass das müssen ab zieh dich ich zieh dich oh nein jetzt dreh den fast los los müssen kriegen runde drei ja die runden sind relativ gering ich dachte das wären mehr gewesen naja wird es halt eine kurze episode oder wir machen auch noch ein rennen kann ja genau auch noch thema den zweiten schon den ich überrunde ihre europäische wohnen warum habe ich dieses auto gewählt böse und richtig am kopf du idiot respawn position zwei noch position vier scheiße war ganze zeit erster so schnell kann er gehen leute meine fahrkünste sind wieder astra wir sind noch so ganz knapp hinter mir in ziel kommen im ziel so neu was du denn hinter mir ich glaube schon ja ich habe es auch geschafft ich auch endlich und wir machen noch auf jeden fall noch eine runde ja das soll 43 ob es da gibt ein bisschen kohle ein bisschen kohle ein bisschen rp rp ist besser als geld finde ich und das sind japaner punkte ja wo keiner weiß wo die da sind ich habe noch gar nicht habe nur das recht unten aber interessiert auch nicht mir ist das ding aber ich würde eh das rennen ring des feuers steht da feuer oder feuerns feuers ist das jetzt auch wieder so ein nesca dingens ne ne das ist so ein ganz normales ne ne das ist ein standard andere haben wir benutzer definiert sonst müssten wir einmal rausgehen damit ich wieder ein benutzer definiert starten kann oder man müsste man müsste mal so eine spieleliste machen oder so das könnte ich natürlich auch ähm was die alle schon für ein level habt wir spielen auch schon seitdem das für pc raus ist aber das ist schon etwas mehr wir fahren mal mit klassikern oh gott da habe ich gar nichts ja ich auch das ist ja das gute daran außerdem eigene fahrzeuge mache ich auch aus das finde ich auch das wäre auch ein bisschen unfair irgendwie warum ich bin sowieso ein rotenschlechter fahrer ja ich weiß das sowieso ich bin dann schneller nehm den laterne mit beletzter ja meine sitzung wird geladen das ist ganz scherz dumm weiß wie ich fahre ach das sind die die sind nice die sind mega nice lol der ist neu es gibt einen neuen wagen den rusebild nein den gab es vorher schon echt schon den gab es vorher schon bei dem bin ich gerade ich habe mir gedacht den nehme ich der sieht geil aus aber ich nehme trotzdem den z-type weil ich den schon auch so kenne und der ist richtig gut eigentlich okay die kleinen sind denke ich mal noch besser der string geht hier oder so ist euch nicht noch besser meine wette komm hier 3600 auf mich bereit ach ich wette nicht ich habe hier kein geld auf tasche ja haben sie auch so turbo start und schluss das kann kein druck start mehr keine ahnung warum ah wir spielen mit verkehr ok ja das wäre lustig da habe ich ja keine chance ey rommel rommel in der reihe los alter erste kurve direkt voll das tier per jahr wer ist denn da noch vor mir ah shira ich habe mich noch was sogar zugerängt nein das ist mein erster platz oh nein fuck ich bin weggerammt worden gut die laterne den fahrer kann man nicht umfahren rückwärts das stimmt du will rückwärts gewinnen oh mello das feld hat sich ein bisschen aufgelöst ein bisschen komm jira wir holen uns die wieder dezent ja bitte nicht ich will mal wie äh ach nein was ist denn hier so für ein dreher ey hi jetzt ah checkpoint verfehlt oh man echt uch hier liegt ein motorradfahrer entschuldigung ah nein du sollst doch nicht die heflogen motorräder überfahren kann ich gerne junge 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 kommst du an mir nicht vorbei können ja auch mal stress auf dem dach machen um dann level hin dann steigen wir wieder ein bisschen mit level auf auf jeden fall und ich komme vielleicht 120 für die minigun glaube ich nicht runde 2 naja stimmt das sind auch noch runden ne ja wie viele runden habe ich hier eingestellt 3 sogar 3 verdammt ihr könntet ihr auf uns warten also wir sind auch schon in den zweiten pfff ja damit ich wieder letzter werde ne ja nee ist klar ja gehst das ich bin so sozial und wartet grad so ein bisschen damit wir uns nicht wieder rammen können boah das auto lenkt nicht mehr richtig und schon kaputt ja boah der zitter das hält eigentlich gut was auf oh jetzt hat sie mich überholt machst du den nicht sogar selber ja ja hab ich genau dann hast du extra auf mich gewartet ja ich will dich jetzt auch weg rammen deswegen um ein bisschen spannung reinzubringen ach so wie nett wer ja ein bisschen spannung auf den letzten plätzen hier ja klar ich glaube ich bin jetzt gerade nur bei der zweiten runde ja ich glaube ich auch zug nein eigentlich zug das ist nicht so praktisch fuck aua danke das war aber ganz gut für dich ja warte wie weit seit hier hinten ich bin gerade zu ich bin gerade zu du dich sehe ich immer noch hin und wieder mal kurz aber ich drehe mich auch gerne manchmal persönliche bestleistung jawohl ich drehe mich auch manchmal trotzdem kommt um dich näher wundert mich ein bisschen was soll los dom du hast du nach immer schön bremsen an der kurve ach der brems verliert das sieht man hat uns vielleicht jemand überholt überrundet überrundet oh immer diese bist du da runtergefahren ja nice komm da kommen die anderen beiden du kommst doch nicht durch hey hey ach so scheiß gegenverkehr hier gegenverkehr boah das war aber scheiße gegenverkehr du bist da nicht durch André du bist da nicht durch André war dumm dass ich gerade weg gerammt habe er muss da längst oh nö yay erster du bist jetzt erst als erster geworden das erste von dass ich erster werde ja weiter wegen der Aktion was du gerade gemacht hast und alle weg gerammt hast ja deswegen bin ich nicht erster geworden äh ich feier das gerade ich nicht mehr mein Problem ist einfach ihr dürft gleich auf mich warten oder läuft die Zeit schon runter nein nein die Zeit läuft schon runter Ende ist in neun Sekunden acht sieben was dann grillt dann er schiere gib alles bei 1 0 und er hat nie beendet oh nein erster bin bis jetzt immer zweiter geworden ist ja ok der Schnitt ja der Schnitt ist was perfekter bin im Normalfall letzter und außenweise mal erster ja bis zum geschnitt auch so zweiter dritter nicht wenn ich im Normalfall letzter bin ja damit beenden wir diese Runde und äh zwei Rennen gesehen bin zweimal zweiter passt hast noch nicht bewertet hab noch nicht bewertet dann äh bedanke ich mich fürs zuschauen und äh bis dahin tschüss ciao 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 So,